Melodyne? Das ist doch nur ein Tuning-Plugin, mit dem man schlechte Sänger besser dastehen lassen kann, oder? Falsch! Denn Melodyne kann auch ein extrem hilfreiches Werkzeug bei der professionellen Vorbereitung deiner Vocals für den Mix sein. Und zwar so hilfreich, dass der eigentliche Vocal-Mix danach viel einfacher von der Hand geht und auch noch besser klingt. Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und dass du jetzt immer noch dabei bist, das zeigt mir, dass du bereit bist, auch mal außerhalb der üblichen Pfade zu denken. Denn seien wir mal ehrlich, woran hast du gerade bei dem Begriff Melodyne als erstes gedacht? Genau, das ist doch dieser Stimmverbieger, den brauche ich nicht für meine Musik, das ist nichts für mich. Ich meine, wenn es um den reinen Bereich der Tonhöhenkorrektur geht, dann will ich dem ja auch gar nicht widersprechen, denn für Jazz, Rock, Rap, selbst Autotune-Rap und auch bei Podcasts und generell gesprochenen Inhalten, da kann man natürlich auf die Tonhöhenkorrektur absolut verzichten. Aber Melodyne hat ja auch noch eine Menge mehr drauf, was dann durchaus aber wieder relevant sein kann, im Jazz, Rock, Rap und bei gesprochenen Inhalten oder es ist zumindest extrem hilfreich. Speziell zwei Funktionen können dabei ein echter Zeitsparer und vor allem ein echter Qualitätsoptimierer für deine nächsten Stimmaufnahmen sein. Worum geht's? Ich habe schon mal eine Menge Videos zum Thema Vocalbearbeitung gemacht, mit EQ, mit Kompressor, ohne Kompressor und so weiter und so fort. Und deshalb geht es heute mal um zwei wichtige, aber eher technische Aspekte, die aber trotzdem für professionell klingende Vocals extrem wichtig sind, nämlich S-Laute und Dynamik. Spitze S-Laute brezeln dir nämlich beim Hören die Löffel weg Und zu dynamische Vocals lassen den Song einfach nur Amateur klingen, mal davon ab, dass du dann die Hälfte nicht verstehen kannst. Und wenn du jetzt noch sagst, ja, dafür habe ich doch einen DSer und jede Menge Kompressoren in der DAW, dann stimmt das zwar, aber beides sind ja nur automatische Hilfsmittel, die für die Stimme dann immer nur einen Kompromiss darstellen können. Mit anderen Worten, du kriegst mit diesen Plugins zwar die meisten S-Laute und auch die meisten lauten oder leisen Bereiche von deinen Vocals unter Kontrolle, aber eben nicht alle. Und was hilft dann gegen unzuverlässige Plugins? Richtig, Handarbeit. Mit anderen Worten, du stellst DSer und Kompressor so ein, dass sie die meisten Probleme beheben und alles, was dann noch übrig ist, das erfordert eben richtig Handarbeit. Und wie du genau hier schnell und gezielt mit Melodyne arbeiten kannst, das schauen wir uns jetzt am besten mal in der Session an. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich schlage vor, als erstes hören wir uns mal den Patienten an, also die Vocals, um die es eigentlich geht. Also los geht's. So, you did it your way. Sold your soul on the way. Never call it a day. Wie du hören kannst, gibt's hier schon verschiedene Problembereiche, nenne ich sie jetzt mal einfach so. Es ist jetzt nicht so extrem ausgeprägt, aber wir haben schon starke S-Laute hier bei einzelnen Worten. Das Soul ist auf jeden Fall mit einem starken S versehen und wir haben auch dynamische Unterschiede, wie du hier sehen kannst. Zum einen haben wir hier etwas lautere Teile, etwas leisere Teile. Die wechseln sich dann hier mal ein bisschen ab. Du siehst hier auch, die Transienten sind teilweise ein bisschen lauter und so weiter. Also wir haben einen dynamischen Vocal und die Stimme selbst ist ja sowieso das dynamischste Instrument, was wir eigentlich im Mix haben können. Vor allem, wenn du dann auch noch das Ganze projizieren würdest auf Podcasts und Hörbuchaufnahmen. Da wird ja auch sehr dynamisch gesprochen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, da nachzuarbeiten, beziehungsweise schon mal vor dem Mix vorzuarbeiten. Und das wollen wir, wie gesagt, jetzt mit Melodyne machen. Ich mache mal eine Kopie von unserer Spur, damit wir gleich mal vergleichen können. Es lohnt sich dann also auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, mal zu gucken, was tatsächlich bei der Bearbeitung rausgekommen ist. Dazu klicke ich hier einfach auf die Spur drauf und wähle hier Spur duplizieren vollständig, also mit Inhalt. Drücke da mal drauf, dann haben wir zwei Spuren davon. Und jetzt können wir hier unsere Spur einfach mal mit Melodyne bearbeiten. In Studio One ist das ganz einfach. Ich drücke einfach Steuerung, wenn du am PC bist, oder Kommando M. Dann wird Melodyne gestartet und analysiert auch sofort, was hier am Start ist. Du siehst, Melodyne rechnet hier erstmal und dann ziehst du es mal hoch, damit du es auch ein bisschen besser sehen kannst hier. Das sind also die Blobs oder die Noten, die Melodyne erkannt hat. Die Noten, die erkannt werden dann als Blobs bezeichnet. Wenn ich hier mal mit der rechten Maustaste draufklicke, kann ich hier das Werkzeug auswählen. Wir nehmen mal das Zoom-Tool, dann zoome ich jetzt hier mal rein und wir gucken mal, wie das hier aussieht. Also, wir haben ja den Start und da siehst du schon, dass die Noten in unterschiedliche Blobs unterteilt werden. Nämlich einmal in einen tonalen und in einen atonalen Bereich. Atonale Bereiche sind S-Laute, Konsonanten und so weiter. Also alles, was man nicht singen kann. Du kannst S ja nicht mit einer Tonhöhe singen, aber du kannst Vokale zum Beispiel mit einer Tonhöhe singen. Also A hat auf jeden Fall eine Tonhöhe und S hat nie eine Tonhöhe. Deswegen gibt es den tonalen Bereich und den atonalen Bereich. Und der atonale Bereich wird hier gekennzeichnet durch diese geschriffelten Linien. In diesem Fall ist das sogar ein S. Und wir hören mal kurz rein. Ich schalte die Spur mal auf Solo. Das klingt im Moment so. So. Also ein ausgeprägtes S. Und jetzt kommen wir zum ersten Werkzeug, was Melo dann wirklich fantastisch mitbringt. Nämlich aus der Amplitude-Tool-Reihe. So nenne ich das einfach mal. Hier gibt es das Amplitude-Tool, gibt es hier unten. Hier gibt es das Amplitude-Tool, das Fade-Tool und eben das Sibilant-Balance-Tool. Und mit dem Sibilant-Balance-Tool kann man dann quasi diese S-Laute einzeln bearbeiten. Ich klicke das mal an. Könntest du auch mit einem Rechtsklick hier auf den Hintergrund und dann auswählen. Also mit dem Tool können wir hier mal draufgehen. Und wenn wir hier dieses S markieren, dann können wir das jetzt einfach durchklicken und runterziehen etwas leiser machen. Hören wir nochmal kurz den Ausgangspunkt. So. Und jetzt klicke ich das an und ziehe das runter. Du hörst das S auch im Hintergrund rauschen. So. Und jetzt klingt es. So. Deutlich entschärfter. Und ich zeige dir mal, wie man es auch übertreiben kann. Damit kannst du dann Sänger oder Sängerin quasi zum Lispeln bringen. Ich ziehe es mal ganz runter hier. So. Vielleicht ein bisschen sehr viel, ne? So. Also es ist so haarscharf an der Kante auf jeden Fall. Du siehst auf jeden Fall, man kann da ganz gezielt eingreifen. Und selbst wenn dein Deesser, wenn du erst mit Deesser arbeiten möchtest, oder feststellst, da sind dann doch zwei S durchgerutscht, die du mit der Automatik nicht eingestellt hast, kannst du einfach mit dem Civil and Balance Tool reingehen und die auswählen und dafür sorgen, dass deine S-Laute insgesamt im Mix ausgeglichen sind. Kann auch sehr spannend sein, wie gesagt, bei Sprachaufnahmen auf jeden Fall. Ich habe mal alles rückgängig gemacht hier, denn es gibt auch eine Übung für Faule, sagen wir mal so. Du kannst doch einfach mit Kommando A oder am PC mit STRG A alle Blobs auswählen und dann hier so einen S-Laut anfassen und runterziehen. Dann werden alle atonalen Anteile ein bisschen leiser gemacht. Da aber wirklich vorsichtig sein, weil man schert dann alle S-Laute quasi über einen Kamm und es kann sein, dass du einzelne S-Laute einfängst, andere überbetonst und andere vielleicht zu wenig betonst. Deswegen lieber einmal von vorne bis hinten durchhören. Dann kannst du auf jeden Fall bei einem Song, zumindest in drei Minuten Laufzeit, kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass du alle S-Laute schon mal einigermaßen aneinander angeglichen hast. Das ist also der Trick noch für Faule, aber kommen wir zum zweiten Teil, nämlich Dynamik. Dynamik ist ja der Abstand zwischen dem leisesten und dem lautesten Teil in einem Song oder in einer Performance und Vocals sind sehr, sehr dynamisch. Und damit dein Kompressor nicht so extrem arbeiten muss, kann man natürlich die Dynamik auch mit Vocal, also mit Melodyne zum Beispiel, vorbearbeiten. Kann man auch händisch machen, aber kann man vor allem mit Melodyne auch machen und kann hier diese tonalen Anteile jetzt nehmen. Wir gucken mal hier vorne. Guck mal, hier ist ein Teil, der ist etwas leiser als der drauf folgende. Nehmen wir mal bei Takt 25, also einfach mal diese Blobs, die wir da finden. Das sind diese hier. Und jetzt kannst du mit dem Sibilant Balance Tool, kannst du jetzt, nicht mit dem Sibilant Balance Tool, mit dem Amplitude Tool, kannst du dafür sorgen, dass diese Teile in der Lautstärke gegenüber ihren anderen Noten angeglichen werden. Wählen wir das mal aus, rechter Mausklick und dann hier das Amplitude Tool auswählen. Jetzt kannst du hier, wenn du hier auf diesen tonalen Anteil draufklickst, einfach hier diesen lauter machen oder diesen leiser machen, je nachdem, was du dann vorhast. Also wenn du zum Beispiel eine Note hast, die total raussticht und zu laut ist, dann kannst du sie einfach markieren und leiser ziehen. Oder wenn du einen leiseren Bereich hast, kannst du den etwas lauter machen und so alle gegeneinander angleichen. Und jetzt gibt es einen Megatrick noch für wirklich Faule. Also wenn du in der glücklichen Lage sein solltest, dass du, wie ich, von Melodyne die Editor Edition hast, die du hier sehen kannst. Die ist jetzt nicht in den kleinen Versionen drin, aber ab der Editor Edition aufwärts gibt es ein Makro. Und dieses Makro hier auf der rechten Seite heißt Note Leveling Makro. Und das ist nun wirklich ein wirklich fantastisches Tool, vor allem, wenn man über längere Strecken mal etwas bearbeiten möchte. Eben Podcast gesprochenes, also Hörbücher oder so. Funktioniert aber auch bei Songs wunderbar. Denn mit diesem Makro kann man dafür sorgen, dass, es steht schon hier oben drüber, dass Make Quiet Notes Louder, also mach leise Noten lauter, und Make Loud Notes Quieter, also laute Noten leiser machen. Und so kann man laute und leise Anteile gegeneinander angleichen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen hier einfach mal die leisen Noten um 100% lauter und die lauten Noten um 100% leiser. Das musst du natürlich hinterher nochmal überprüfen, ob das dann auch wirklich zielführend war. Also immer auch mal Kontrolle hören nach solchen Aktionen, nochmal nicht einfach nur gegeben nehmen. Aber wir machen jetzt einfach mal zu Demo-Zwecken und machen jetzt einfach mal hier auf OK. Und dann rechnet, ich muss vorher alle auswählen, sonst funktioniert das natürlich nicht. Hier wählen wir also einfach mal alle aus hier und machen das Makro nochmal auf alle Noten, die ich hier markiert habe. Und jetzt hat Melodyne das quasi da reingerechnet. Das kannst du aber jetzt noch nicht wirklich sehen. Deswegen haben wir ja gerade unsere Kontrollgruppe gemacht. Schwieriges Wort. Und ich bounce das jetzt einfach mal in unsere bearbeitete Spur rein. Drück mal Kommando B für Bounce. Und jetzt wirst du gleich sehen, dass sich die beiden Performances deutlich unterscheiden. Denn auf der unteren Seite siehst du die unbearbeitete Performance. Sehr dynamisch, sehr wild, sehr rau, so wie die wilde Natur. Und darüber die gezähmte von Melodyne, wo die Dynamik deutlich eingeschränkt ist und wo du jetzt mit einem deutlich ausgeglicheneren Signal in deinen Kompressor reingehst. Also wirklich sensationell. Dieses Makro kann man wunderbar mitarbeiten. Vor allem, wie gesagt, bei Podcast-gesprochenen und längeren Inhalten, wo du wirklich jetzt nicht von vorne bis hinten durchhören kannst und jede kleine Dynamik-Schwankung ausgleichen möchtest. Top-Tipp. Und wenn du auf Melodyne verzichten möchtest und das trotzdem oder das nicht hast oder lieber mit Handarbeit arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir als nächstes noch dieses Video hier. Und da kannst du dann nochmal reinschauen. Da zeige ich dir genau, wie das mit Handarbeit geht. Da sehen wir uns dann. Bis dahin. Mach's gut und jassu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja.